recht herzlich willkommen zum fünften teil von planet nomads das ist die 0.5.1 und ja es neue start wie man sieht okay jetzt sind wir wohl gelandet und ja steigen aus ein krater wir haben eine neue welt anfangen müssen durch die 05.1 und es gibt bugs wie ihr seht hier schweben die rasenplangen und ja ist halt noch nicht fertig deswegen ist es auch verschoben worden weil da noch einige fehler drinnen sind und das feintuning noch gemacht werden muss so als erstes brauchen wir wasser dann wollen wir mal auf die reise gehen und wasser suchen schauen wo das ist lasst uns mal laufen und schauen hier ist nichts mal über den hügel hier sieht man die schwebenden plagen hängen wir fest aber wir können ja fliegen ok hier sind ressourcen wir brauchen erstmal wasser dann gehen wir mal weiter hier runter und da hinten hinter dem baumbusch da da sieht es noch wasser aus ich glaube das ist wasser gut wo man nachher noch gucken dass wir wieder zurück finden aber da oben haben wir jetzt die navigationsleiste da nicht nur eine richtung jetzt nordost und so weiter sondern man sieht ja auch wo man ist und jetzt sammeln wir erstmal wasser also wo unsere kapsel ist so sammeln wir auf mal drücken für annehmen wir gleich mehr mit dann brauchen wir nicht so oft hier hinlaufen und die flammer kommen wir mal wenn man da 7 dann nehmen wir noch ein bisschen mehr 8 9 und 10 gut so dann gehen wir zurück die richtung ist es ja zum westen hin das ist mal laufen aber warte mal dieser stein ja das ist eine ressource auf jeden fall kommt ich dachte da kommt nichts raus aber dann ist doch noch was gekommen gut geht weiter also diese ressourcen hier die kann man auch abbauen aber da kommt nicht immer was raus schauen wir mal gerade nichts wenn der kringel langsam geht dann kommt eigentlich was raus aber das ist wohl auch nicht die realität unbedingt weiß auch nicht ob das jetzt ein fehler ist oder ob das so gewollt ist wir gehen auf jeden fall wieder zurück zur kapsel ich glaube dahinten ist der krater da so sieht gut aus gut hier ist auch schön glatt da kann man auch nacheben was aufbauen so eine basis da ist die kapsel also f1 ist nur das tutorial kann man drücken das aber auch wieder nur die bilder so jetzt machen wir erstmal mit b die plattform die kann man als erstes machen und das andere baut dann darauf auf hast du die plattform dann wird der bio generator freigeschaltet und so weiter so dann machen wir das auf die 1 beziehungsweise wir drücken die 1 und bauen die dann mal gucken stellen wir mal hier so hin so dann haben wir das erste teil die rahmen haben wir schon gehabt und jetzt drücken wir tab und dann wird das mit unserem werkzeug aufgebaut den bio generator den wir dann noch bei ziehen können den sollten wir dann aufbauen hier unten sieht man so anschlüsse dran da kann man dann das kombinieren mit anderen containern teilen oder sowas dass man so eine kette aufbauen kann wahrscheinlich so den stellen wir dahin und dann tab und aufbauen so da ist er fertig jetzt können wir dann auch den 3d printer machen den maumer daneben denke ich so dass wir das sind noch mal gucken ob der auch solche anschlüsse hat nicht öffnet dass man am anderen spiel drehen ging das denn jetzt noch hier x war die achse das auch nicht ja ach mausrad ist es so da sehen wir zwei konnektoren also drehen wir das mal so rum dann können wir beide seiten noch anschließen und dann bauen wir den auf und los geht's und ja da fehlt uns jetzt erstmal strom den müssen wir noch anschließen es gibt drücken und dann jetzt kommt nicht jetzt das ach so müssen erst abdrücken dann kommt sie so stromanschluss und connecten da ist die grüne linie die sagt dass er strom hat und dann sieht man können wir diese teile bauen gut dann sollten wir hier das nächste machen das ist hier die komplett fettmaschinen food and drink maschinen oder immer die auch nennen will und das ist ein container zum ressourcen sammeln einlagern ja ich glaube die ressourcen in der welt die sind nicht lange da die sind dann irgendwann weg kommen lauter ameisen essen die auf oder so gehen wir rum und bauen hier dann die food and drink machine fdm ja jetzt müssen wir da die vier drücken und da ist die maschine und wo stellen wir die hin ich glaube wir drehen die machen die vorne auf der ecke so tab und da haben wir jetzt nicht genug teile die müssen wir jetzt in der 3d printer 3d drucker machen so ein stück rüber gehen öffnen und dann brauchen wir jetzt mechanical parts ja ich glaube jetzt habe ich wieder vergessen wie viel das sind elektronisch einer und mechanical 2 also normal können wir nicht machen fehlen uns silikon also silizium und da fehlt uns eisen iron gut da müssen wir erst sammeln gehen gut das bedeutet können nicht weiter bauen müssen erst ressourcen gucken wir können in einem auf jeden fall machen obwohl das nur fünf sekunden also halb so wild eigentlich jetzt habe ich etwas falsches gebaut oder ja klar naja nicht schlimm brauchen irgendwann auch so denen kann jetzt natürlich nicht mehr machen naja gut egal das brauchen wir silizium und karbon ja gut raus und dann müssen wir rohstoffe haben da hinten da leuchtet schon so wird wohl was sein das sieht gut aus hängen wir fest ja da kann man was abbauen so da gibt es ordentlich so ein erdvorkommen lohnt sich da geht richtig was überhitzen tut unser abbau werkzeug auch immer warten beziehungsweise der strom geht weg überhitzen ist vielleicht nicht unbedingt und ja da sind wir schon voll da liegen die container silber und aluminium gehen wir zurück wo ist es da ist es und dann bauen wir hier elektronische parts machen wir zwei und mechanische parts machen wir auch zwei ich weiß jetzt nicht welches was war aber wir brauchen sie sowieso alle so und wir brauchen für neue teile auch noch mehr rahmen die kommen wir immer zuerst da machen wir dann auch einige von vier stück hier können wir drei stück in einer warteschlange machen und was machen wir dann noch das brauchen wir nicht mal noch mehr von dem zeug so viel ist da schon erledigt einer geht noch und den können wir mitnehmen hier geht auch noch mal was und sechs nicht nur ein weniger fünf gut das läuft dann auch dann gehen wir raus und holen neue materialien wir brauchen ja nur mehr ne so hier ist es nicht dass er noch ja da silber können wir nehmen und aluminium können wir auch nehmen so dann bauen wir noch weiter ab ja und ja da liegt schon wieder reichlich silizium e eisen und okay dann müssen wir erst wieder was weg bringen ja fest am hängen gucken was wir jetzt machen können so jetzt müssen wir erst mal gucken hier dass wir das wir müssen müssen irgendwie die sachen jetzt hier mitnehmen erstmal das geht und dafür ist kein platz das schlecht die haben gehen die haben gehen rausschmeißen kann man den container schon machen und er ist da unten schon jetzt müssen wir aus exit und die 5 gedrückt und dann bauen wir so ein teil da dran bei dem connector also da wäre es möglich oder da ja falsche taste tappt müssen wir drücken und ja keine rohstoffe geht also nicht was machen wir jetzt im inventar mal reingucken ok die müssen mit gehen aber nirgends vorhin was machen wir da aber wir könnten mal hier dieser nutrition capsules essen der apfel darunter in grün das ist also unser lebensenergie sozusagen unser hunger den können wir da stillen passte genau und jetzt haben wir platz und können die teile mitnehmen um das fertig zu bauen so dann gehen wir da rein und jetzt können wir das alles reinpacken die batterie kann erstmal reinlegen das wasser silber brauchen wir glaube auch nicht sofort aluminium wahrscheinlich auch nicht das brauchen wir cobalt glaube ich auch nicht genau weg und das können wir jetzt erstmal lassen und dann gehen wir zurück und sammeln den rest wieder auf dem abgebaut haben und wohl noch was wenn was geht gut da sind die sachen alle sammeln wir so auf eisen silizium eisen ja und dann gucken wir dass wir noch mehr kriegen abbauen gut wir müssen immer pause machen weil der strom dann alle ist so bisschen näher rücken ja jetzt nehmen wir das alles mit ja kein saft mehr das bau wieder ab und da fällt die erste kiste wer war das das ist eisen aber voll gut dann gehen wir erst zurück da liegt ein baum oder busch zurück wieder hängen geblieben aber für die folge soll es auch erstmal wieder reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch mit dabei seid bis dann tschüss